Ja, nochmal guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe so unglaublich zahlreich anwesende NGO-Vertreterinnen und NGO-Vertreter. Ich freue mich, diesen Saal so voll zu sehen. Die Bundesregierung legt einen Budgetentwurf vor und relativ rasch ist klar und von verschiedensten Experten auch kritisiert. Kein Plan, kein Ziel, keine Vision, wie Österreich in eine, was, ich habe ja gesagt, Bestätigung und dann noch vergessen. Aber leider keine gemeinsame Vision, wo Österreichs Zukunft liegt. Die Plattform Zukunft statt Autobahn, für die wir sprechen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Diskussion zu führen. Wo bringt sinnvolles Investieren Österreich in eine Zukunft, die ökologisch ist, in eine sichere Zukunft, in eine faire Zukunft, in eine gerechte Zukunft, in eine Zukunft mit Bildung, in eine Zukunft mit Forschung? In unserem Fall hat der Projektwerber selbst sein eigenes Projekt genehmigt und Fakten, die völlig klar auf den Tisch lagen, beiseite geschoben. Als Umweltschützer und auch als Steuerzahler bin ich tief enttäuscht von diesem Sparpaket, was jetzt anliegt. Alleine dieser Lobautunnel wird also laut As-Verankungen ungefähr 1,6 Milliarden, laut intelligenter Schätzung mindestens 3 Milliarden und am Ende wird es wahrscheinlich 5 Milliarden Euro oder so werden Kosten für knappe 20 Kilometer Autobahn, wovon knappe 10 Kilometer tot. Weil in Österreich immer noch Milliarden von Euros in den Autobahnbau fließen, also in neue Betonwüsten gesteckt werden und irgendwie der Geist der 70er Jahre dann auch durchschlägt bei den Politikern. Diese vielen Milliarden, die werden aber in ganz anderen Bereichen gebraucht, im Bereich Bildung, erneuerbare Energien, Forschung oder öffentlicher Verkehr. Mit den geschätzten Kosten von 3 Milliarden Euro für sage und schreibe nur, sage ich jetzt einmal 19 Kilometer Autobahn, steht die Lobauautobahn exemplarisch für eine völlig verfehlte Investitionspolitik unserer Regierung. Wir von der Plattform Zukunft der Autobahn fordern daher einen sofortigen Stopp des Autobahnneubaus und dafür den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die steigende Arbeitslosigkeit ist zwei wesentlichen Punkten geschuldet. Erstens einmal der technischen Rationalisierung, was grundlegend zu begrüßen ist und zweitens der Globalisierung und dem zunehmenden Kapitalismus. Das heißt, es wird immer mehr Bereiche des Lebens, wird den wirtschaftlichen Verwertungsinteressen unterworfen und die Interessen der Wirtschaft ist nicht Arbeitsplätze zu schaffen und den Menschen und sozusagen den Reichtum gleichmäßig zu verteilen, sondern eben möglichst viele Arbeitsplätze weg zu rationalisieren und den Reichtum auf einige wenige zu konzentrieren. Daher ist es wichtig, Alternativmodelle zu entwickeln. Die Akademie der Wissenschaften hat ein Gesamtbudget von 74 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein Vierzigstel der Kosten für die Lobauautobahn. Aus meiner Sicht der Welt ist jetzt die Zeit für eine ernsthafte Auseinandersetzung damit, was die Aufgaben des Stabtes sind.